Oh, neue Seite, neues Glück. Wir waren bei der E3 stehen geblieben, wir brauchen irgendein Thema. Das ist mir langweilig. Ich bin für Croissants als Thema. Ich esse gerne Schokokroissants. Zu meinen Höchstzeiten habe ich mal drei Schokokroissants in der Pause gegessen. Das mache ich immer. Ich kaufe dir mal ein Bistro. Die kosten 1,10. Und da ist nix. Das ist wirklich nix. 1,10. 1,10. So. 1,10 Euro, Quäscher. Achso. Ja, gut. So, und dann kommt der hier hin. Ich habe jetzt beide eingesetzt. Ich habe seinen weggemacht, weil er mich kicken musste. Ich hasse diese Regel. 1,2,3,4. Ey, was? Scheiße. Fast hätte ich das Buch bekommen. Erstmal dumm lachen, wie ich merke, du bist mein eigener. Ach, was ist ein Scheißspiel. Das ist doch ein Bullshit-Spiel. Mensch, ärgert dich doch nichts, Heide. Es kann nicht sein, dass wir eine halbe Stunde spielen. Ich stehe immer nur mit einem 4 da drin. So gesehen, äh, ja. Ach, das ist nicht sein Ernst. Hoffentlich wir vielleicht gleich ein 2,1, ein 2 und ein 2. Immer wenn hier, irgendwie, also... Er hat nicht gezählt, ey. Er hat nicht gezählt, Alter, krass. Das ist schon... Was? Hör doch mal auf mit der Scheiße! David! David! Was? Was? Das hat ich jetzt mitbekommen. So. Easy. Eine 5. Jetzt wird gewackt. Aber die wirft jetzt eh nach 1. Nee, jetzt wird gewackt. Wow! Das war ein Warnschuss. Ja, nee, du bist... Super-Crusche. Wie viel Spaß man mit so einer dummen Figur haben kann, ohne Spaß. Ja, schade. Du bist dran. Ja, ich weiß. Ich wollte Andi setzen. Du kannst Andi raushauen mit einer 6. Wasser mag ich mir ganz gerne. Oh, schade. Was war das? Okay. Nee, das waren jetzt 5. Nee. Der war doch da. Ich bin doch immer noch dran. Ja, ja, ich hab den... Ich hab den genommen, als ich einfach nur... Hallo? Was machst du, Andi? Ich hab gezählt und dann stand die Figur da auf einmal. 1, 2, 3, 4, so. Ich bin gleich auf. Was hast du denn überhaupt gezählt, ey? Mittens mir? Ich stehe da ganz hinten. Ach komm. Ey, gleich gehört sich so an der 3 an. Boah, Gott sei Dank. Ah ne, ich bin ja gar nicht riesig. So, Quescher. 1 oder 6 und 3. 1 oder 6 und 3. Jawoll. Jawoll. Und dann fängt wieder von vorne an. Andi, ich hab irgendwie das Spiel nicht so gut. Echt? Erbt man kaum. Will sich nicht entgehen lassen wir mich rausfahren. Ach, ich muss ja irgendwann vorankommen. Da kommst du nämlich nicht hin. Die 6 is coming. Ja, da musst du einen rausnehmen. Ja. Oh. Die gute, solide 6. Ich komm jetzt von hinten. Ich räum jetzt von hinten auf. So wie heute morgen bei Quashas Mama. Was? Jetzt sind wir jetzt schon bei Mutterficken. Ja. Aber diese Jazzmusik beruhigt. Da hab ich wahrscheinlich schon viel mehr geschrieben. Ja, ich... Ach Mensch, ärgere dich doch nicht. Äh... Mach ich... Also ich kann hier nicht hin, ne? Ja, oder? Ja. Ihn musst du nehmen, ne? Ja, der kann schlecht Minus 1 würfeln. Ja, aber der hier kann würfeln. Ja, ja, aber der kann das nicht. Das sagst du. Guck mal, das war mit Bande. Hat mir nix gebracht. Schon wieder ein alter Schring. Weil wenn ich... Wüsste wieviel 3 nicht in diesem Scheiß-Spiel würfeln? Über 3! Ja. Was soll das denn? 3! No, da... Jetzt ne 4, komm! Eine 4! Ey, ohne Spaß. Warum bekämpfen wir uns eigentlich gegenseitig? Wir sind jetzt Not gegen Elend da unten, ey. Was machst du denn? Ja! Ey, kann mal einer diesen Scheiß-Sound aufhören? Das war cool, Alter. Was? Ich war gar nichts. Doch, du hast das grad mit dem Pfeilen gemacht. Ich war gar nichts. Die Pfeile waren grün. Ich hab gar nichts gemacht, ja. Die Rechte kannst du mir nicht in diesem End. Welche? Dass ich das machen kann. So, ich hab bisher gar keinem irgendwas entzogen. Doch. Ja! Nix machen. Ich hab überhaupt nicht mitgerechnet. Hast du vielleicht noch reingespeichert? Als der Kopf nicht draus gehe, als wäre sein Geboten gegangen. Ja, ist halt so. Und wieder Schreibmaschine. Was hast du denn gegen die Schreibmaschine? Die klingt scheiße. Die passt doch nicht rein. Natürlich. Das ist Jatz, Junge. Was? Jatz? Jatz Musik. Achso, Jazz. Äh. Eins, zwei. Ich glaube, das war nicht die gute Entscheidung. Ja, keine Ahnung. Du musst auf jeden Fall gewinnen. Sagen wir's so, ich kenn zwei Leute, die da schon mal nicht im Weg stehen. Ich bin Führer da. Es sei denn, ich komm mich schon in den Weg. Lass's doch kommen. Es ist besser als die drei. Was beschwer ich mich eigentlich? Du warst keinen in drei gewirfen. Was ist da los? Boah, Not und Elend. Da rechts auf der rechten Seite. Ach, guck mal. Nein. 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 Doch, warum? Du hast noch einen in deinem scheiß Haus. Ja. Achso, stimmt. In deinem scheiß Haus, Junge. Moment, hier stand ich. Da standst du ja. Scheiße. Warum hab ich denn da noch einen drin? Und wieso zählst du denn von da? Kannst du mir mal zählen? Hat der denn sechs? Alter, wenn du jetzt zählst, ne? Jetzt kann ich aber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Natürlich. Du bist so bescheuert, ey. Ganz ehrlich. Jetzt kommt ne zwei. Jetzt kommt ne zwei. Komm noch ne sechs hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins. Komm jetzt ne Eins und Andi und ich besiegen dich zusammen. Jetzt muss ich nur hier runter. Gegen das Böse. Das sag ich doch. Guck mal. Ich hab schon... Ja, das ist meiner. Äh... Okay. Gut. Ja. Doch. Boah. Eingliff. Jetzt haut die... Jawoll! Andi hat ihm gefehlt. Ja, ich steh auf den Start. Und der pfiff das weg. Das bringt überhaupt nichts. Oh, Crash heißt. Jetzt ne sechs Crashy. Mit keine minus eins. Boah. Das ist Kippe. Nein, das ist ne fünf. Beschwer dich auch noch immer ne fünf. Erstmal beschwerst du dich über sechsten. Da beschwerst du dich über fünf. Moment. Ja, gut, okay. Das gezählt wieder los, ey. Oh fuck, Alter. Guck aber auch keine niedrigen Zahlen, ne? Um hier mal voranzukommen. Ja. Soll ich dir welche leiden? Ja, bitte. Ich brauch nur zwei. LOL! Was? Der Fluko... Hä? Wo hat denn denn das Tempo her? Von dir. Oh, das ist die typische drei wieder. Ja. Ach komm. Du brauchst einfach nicht weiter kommentieren. Das ist... Unnötig. Ich bin aber doch vor, Andy. Mein rechnerisch... Ja. Boah. Es ist jetzt ne Eins oder ne Vier. Das ist nicht mehr Ernst, ey. Mein Gott, ey. Ich war ja schon auf der Ziellinie. Ja, ja. Du bist aber doch mal falsch abgewogen, ne? Ich hab ja gegen den Baum gelaufen. Kannst du nicht mehr dazu sagen. What? Was ist denn jetzt los? Ja, echt mal. Was hat denn jetzt? Ach, Andi. Jetzt hat Andi deine Krankheit. Er kommt aber auch nicht weiter. Das ist ein Endlos-Spiel, ey. Ich glaub, ich werde das ganze Video in dreifache Geschwindigkeit schneiden. Scheiße! Ich werde das aber in einem hochladen. Ne. Alter. Du hast jetzt nicht grad echt drei gezählt. Nein. Ich hab was überlegt. Wir sind jetzt bei 41 Minuten. Ja. Hört sich doch gut an. Fünffache Geschwindigkeit. Jawoll. Hallo. Ich komm doch eh gleich wieder raus. Was willst du? Ja, soll ich mich was anderes daneben stellen oder was? Ja. Einfach friedliche Koexistenz führen. Ja. Das machen Andi und ich hier gerade. Ja. Ich wirf da einfach durch. Guck mal. Du kommst da nicht rein, du musst den wählen. Ach nee, ey. Ach nee, ey. Ach nee, ey. Er hat zwei drinnen schon. Krass. Ich bin jetzt bei mir sogar. Ich würde mich aufregen. Ich hoffe doch eh ne drei. So. Das kann... Toll. Was machst du denn? Ich hab den aber kurzzeitig wieder gefangen. Das wären die drei gewesen. Boah, was ist denn was mit mir, ey? Was ist denn los? Ich mutiere. So. Wie machst du das mit mir denn? Ich muss ne zwei, Andi. Ey, weißt du, wir sind beide nicht so gut. Da können wir doch wenigstens miteinander friedlich spielen. Alter, das wird ein never ending game. Boah, scheiße. Ja doch, Quescher hat ja schon fast drei. Und du hast ja auch schon fast drei. Fast das geht, aber... Weißt du, wir spielen einfach 45 Minuten und ich hab alle spielen drin. Ach, hat der ein Glück, ey. Oh. Wenn ich jetzt den Eiswürfel, bringt mir das auch wieder nichts. Das ist doch scheiße. Die Regel ist scheiße. Ich bin immer noch dran, Andi. Ach so, du hast Eis drin. Ah, hab ich jetzt erst gemerkt. Ja. Nein, ich... Diesen Würfel musst du auch nehmen, ne? Was? Ah, das fährt die Geburt, Alter. Hä? Hä? Das hab doch nicht ich geworfen. Hab ich den geworfen? Ich hab doch hier gewürfelt. Hä? Ja, der hat gecheatet. Ich wollte grad... What the fuck? Andi, komm. Den hat er selber geworfen. Da will ich mir hundertprozentig sicher. Nee, du hast den mit geworfen. Oh, ich hab doch hier gewürfelt. Du hast den bestimmt mit markiert. Keine Eins, Crasche. Komm, ne Zwei. Bitte. Aber Andi geht mit der Apokalypse los? Nee, diesmal nicht. Der hat einfach keine Zwei-Würfel. Andi! Ich muss ja bald... Oh, in die Höhle des Löwen. Da-da. Nein! Das ist doch nicht fucking... Einmal im Leben! In die Höhle des Löwen soll das keiner rein. Guck mal, ich... Ich geh auch schon auf den Abstellgleister halt. Nein! Was ist denn jetzt los? Es geht immer jung kaputchen. Es geht immer richtig Gas. Junge, jetzt geht's los! Side of City hat... Side of City hat... Alter! So. Ja. Ja... 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 Dann, komm! Back to the roots! Oh! 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 Ich schwör, wenn du jetzt nur 2 würfelst, ne, wenn du jetzt nur 2 würfelst, ne, wenn du jetzt nur 2 würfelst, hast du. Ich dachte, das Spiel dauert so eine halbe Stunde bei uns. Xer. Muss nicht rausmachen. Warte, man spielt, mein Spiel hat sich aufgehängt. NEIN! Bist du ernsthaft? Ich wollte das doch aufnehmen. Ach Bullshit. Ja, man spielt sich grad aufgehängt. Alter, Andi! Was macht der? Läuft grad einen Marathon in seinem Zimmer, ey. Bin ich dran? Was? Was machst du da für Sport? Meine Katze wollte raus. Ich glaube, sogar mein PC ist abgestürzt. Röscher, acht Zeile, du wärst dran. Ja, ich kann gerade. Ey, warum ist meine Figur wieder weg? Ja, komm. Ach, das ist doch... Was hat der gewürfelt? Komm hier. Wir bleiben dabei bei der 1. Ohne Spaß, was ist hier los? Ohne Spaß, was ist hier los? Ja, ohne Spaß... Du gehört, der... Mein YouTube-Video hat sich auch aufgehängt, aber ich höre die Musik noch. Ich glaube, mein PC ist echt abgestürzt. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Die Aufnahme ist abgebrochen, aber egal. Wie Kunstwitch to Requested wurde ich auch so los. Was? Was ist denn jetzt dein Problem? Was hast du denn? Ja, Tabletop Simulator. Du bist dran, nochmal. Ich komm gleich wieder. Ich? Achso. Ich hab mir 6 gewürfelt, stimmt. Und? Wie heißt das Spiel nochmal? Mensch, ärgere dich nicht. Ja! Ja, Seidel. Ich kick grad ein... Hallo? Ja, hallo. Warte, ich bin... Ich muss hier... Könnt ihr weiter für mich spielen? Ich muss nochmal nochmal starten. Ja, ja. Kannst du auch danach schon? Ich hoffe. Ja, natürlich. Okay. Wieso denn nicht? Daniel ist krank. Ja, wie gesagt... Ja, 2. Wir bleiben bei deinen niedrigen Zahlen. Und Andi wirft... 5. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Nice. Alter, das wird ein Neverending Game, ey. Komm, wir machen mich rein hier vorne. Das dauert auch lange. Dann hab ich gewonnen, wenn ich hier vorne hab. Den ersten. Soll? Wie will ich denn jetzt? Du musst ne Farbe auswählen. So, wir kommen zurück bei mir. Ihr habt grad, glaub ich, so circa 3 Minuten verpasst. Weil mein Spiel abgestürzt ist. Hallo Zuschauer von Seidel. Sie waren vorher auch schon da, ne? Andi ist so nett. Aber musst du ja wieder begrüßen. Bin ich dran? Ich bin dran. Andi ist der erste Mensch, den ich will. Was ist denn dein Ernst? Jetzt hab ich... Oh, ich habe ein Deja Vu. Ich habe nochmal, Andi. Oh, Dankeschön. Ein Deja Vu. Ein Deja Vu. Da kommt wieder ein Deja Vu. Ein Deja Vu. Ach ey, lass uns hier. Ich hab gewonnen, ich hab den Ersten. Ich hab Deja Vu. Vergiss es. Wir können sie auf zwei reduzieren. Die ersten zwei. Jaaaa. Tja, jetzt ist Gleichstand, würde ich sagen. Jetzt ist Gleichstand. Aber alle von Ensinn im Haus. So in Ewigkeit. Das ist doch quasi schon direkt daneben. Warte. Wie warte. Ja, ja eben. Ich würfel gleich eine Eins, dann läuft das. Wir hatten gerade eigentlich... Was ist das los mit dir? Nix, ich... Alter, was macht denn der jetzt für Sprünge? Und von mir behaupten ich Cheater, ja? Klar. Ja, Tastatur-Cheater. Oh, da wär... Das ist Kippe. Von Cheater End. Ach toll. Jetzt wieder eine Eins. Die kommen so circa 50 Minuten zu spät, aber gut. Äh. Das ist dein Spielseitle. Dein Spielseitle. Alter, wenn du hörst, du weißt, darf mal endlich Domino Day bei mir. Domino Day. Warum läuft das eigentlich nicht mehr? Oh nein, nein, nein. Moment, Moment, Moment. Das hab ich mal wikipediert. Ähm. Ich wollt ihn dir schon fast wegnehmen. Das war wegen irgendwelchen finanziellen. Was? Anni, Anni interessiert's gar nicht? Anni. 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 Ich weiß, dass es mal wegen finanziellen Dingen war, aber die wollten mal wieder, also die wollten, also die versuchen das jedes Jahr. Das Match ärgert dich nicht zu spielen? Nein. Domino Day. Ach, ich bin ja eigentlich dran. End ist dran. Nee, ich hab's gerade gemacht. Ach so. Bin ich ja doch dran. Was ist denn jetzt los? Aber ich bin immer noch da. Das ist gut. Dann ist es eine komplette Straße. Ich geh jetzt einfach mit der kompletten Masse, ja? Komm ne 2. Ich zieh jetzt alle gleichzeitig. Ja. Guck mal, da. Die Karawade zieht weiter. Da hab ich das damals auch immer gemacht. Anni. Ohohoho. Anni Wand. Also das ist jetzt wirklich... Ja. Also das ist jetzt wirklich eine 6, ne? Oh, guck mal, nicht gezählt. Anni hat's gelernt. Wird schon krass hier. Hm. Jetzt kommt wahrscheinlich eine 6. Nee. Da richtig drauf. Ja. Das Problem ist, entwird mich so oder so jetzt gleich einen von mir weghauen. Aber dann kommen die anderen und hauen den einfach weg. Ja, das ist das Problem. Ja. Da bin ich im Sandwich. Jetzt kommt eh ne eins. Oh Gott sei Dank. Was kann ich dein Erz sein jetzt? Du musst den Erz nehmen. Ehehe. 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 Ehm. Ehehe. Ecodist du Dreiweh will wounds enden, ne? Ehehe. Ehe". Ehehe. ich würde an deiner stelle da nicht warten ja deshalb ich weiß dass ich dich eh gleich kicken werde ist mir sowas voll egal ich habe eh nichts mehr zu verlieren ich glaube der nächste ist momentan Crasher ich habe da aber ich eigentlich schluss gar nicht ihr habt ja nur einen drin ne eigentlich ist noch alles offen für jeden ja eigentlich ja ich glaube ich habe noch nie so lange mensch ärgere dich nicht außer erstürmen ja wenn ich ihn weghau also wir müssen irgendwann mal so eine XXL-Runde Monopoly machen oder so acht Stunden ach nee wir mussten mehr X heranhängen die gute alte komm die Karawane zieht weiter du musst ja nicht hier die Karawane zieht weiter ja das war eine 2 sorry ich war schon so in meinem 3er Modus drin genau deswegen solltest du zählen ich war schon so in meinem 3er Modus drin ich dachte ich habe 3 gewürfelt ach komm komm jetzt ne 5 bitte jetzt wachst du Crasher ach was der Kerl ist ein Mensch ärgerlich nicht Profi was warst du da ich bin zu weit weg mit der Kamera ja dann geh doch näher ran ja dann seh ich den Würfel nicht dann würfelt er ne 1 ey ich raste aus Crasher jetzt auch nen 1 nen 1 nen 1 1 AHHHHH NIEIN fürgete naja nicht cheaten nicht cheaten da sind die Cheater wieder am werk ey gipfel also nein es kommt wie nö also das war ach komm Alter da geht das zählen wieder los ey hmhm hmhm pff das ist unglaublich ey ich warte nicht wenn der nächste rausfliegt aber du lässt dir Zeit ey Ja, der kann auch direkt wieder weg, der hier. Soll das? Du hättest mich raushauen können? Ach stimmt, du hast recht. Nee, ich musste runter, deswegen. Achso. Ja, was kollidieren die beiden da nicht? Ja, man muss immer runter als erstes. Ja, man kann ja mal gegen die Regeln verstoßen, vorsätzlich. Äh, ich nehme an dich. Dann ist der raus. Wie heißt der denn? Achso, lol. Ich war auch nicht dran gedacht. Ne, das ist David 1, das ist David 2, das ist Bob Marley und der heißt Christoph. Andi, du bist, ne? Ich hab schon ne 5 gewürfelt. Andi hat schon. Ja, gut. So. Ich hab überhaupt schon mal jemand so lange, wenn ich eigentlich nicht gespielt habe. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ach, schon wieder. Das schiff der ja jetzt. Alter. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen in den Tubo-Modus gehen. Tubo-Modus? Nein. Äh. Wir müssen jetzt mal gewinnen hier. Hm. Oh. War das das Raid? Ja, ich hab. Der Charme. Der hat gerade, oder? Der hat noch 6 überwählt. Äh. Du musst schon reinsetzen. Ach. Andi würfelt ihr ja ne 1. Was hat das denn jetzt hier so? Boah, was los? Boah, jetzt kommt die 3. Wasch los. Ne, das war nicht von ihm gewürfelt. War nicht von mir gewürfelt. Ja, Gott sei Dank. Hallo, eben. Ey, der hat das irgendwie, glaube ich, von mir. Mit den 3. Die würfelt alle nur noch 3. Nur ich würfelte nicht mehr. Das ist schön für ihr Gewächsen. Bitte keine 1, ey. Und wenn, dann entscheide dich bitte für Crashen. Boah, was? Hätte ich auch gemacht. Warum mich? Warum nicht Seidel? Ja, guck du mal, wo ich stehe. Ja, und? Außer guck dir mal, was ich würfel. Ja, und? Bei dir ist es viel lustiger. Mir ist mega lustig, ey. Ich muss nicht mehr los verlachen. Ja, Quasher? Ist was? Ist was zu beanstanden? So. Andi hat jetzt gerade, ne? Ja. Ihr, ne? Du hast genauso viel Spaß wie ich. Ich hab das jetzt einmal gemacht. Du brauchst schon die ganze Zeit. Kann jetzt nicht mal einer von euch gewinnen, hier? Ich vergesse ja, die ganze Zeit meint ja hier stehen. Jetzt kommt die Sechs. Oh, hä? Ach ja, das wird ne never ending story. Wie ihr das immer noch nicht macht? Ah, mein Spießkoll. Kann man nicht machen, wenn ich hier da drin bin? Nein, warum nicht? Wir laufen und auf vier Minuten, dann sind wir ne Stunde dran. Ihr kriegt das doch wenig hin. Du doch genauso wenig. Ich hoffe, meine Festplatte hat noch genug Speichern. Das stimmt. Die will ich. Ach, herrje. Der Payback kommt direkt. Kann ich wenigstens den Table flippen, hier? Nein. Du darfst jetzt auch keine Sechs für fünf. Doch. Andi. Andi. Ach, das ist das. Du musst dich noch unnötig herausführen. Du musst dich noch unnötig hier rausführen. Du musst dich noch unnötig hier rausführen. Du musst nicht so viel rühren, hier schnacken. Rühren, Junge. Du musst nicht so viel rühren. Nicht so viel rühren. Habe ich nicht gesagt, du warst dabei. Ja, geil. Ja, kannst du nicht. Scheiße, oder? Ich bin dran. End ist dran. Das war zu Turbo. Ach, nein. Ich will die zwei. Nein. Das ist Kippe. Der liegt auf dem Brett. Auf jeden Fall. Ja, dann macht doch jetzt nochmal. Turbo. Ja, ich muss auf eure Zustände. Ich muss auf eure Zustände. Stimmung warten. Ja, danke schön. Das hätte ich nicht getan. Ich hätte für zwei Worte. Ich muss doch setzen, oder nicht? Ach, stimmt. Ach, stimmt. Ich denke, du kennst die Regeln. Ich denke, du kennst die Regeln. Yeah. Ich brauche ich mich hier heimlich stöhnen, leider. Und Andi ist wieder auf Anfang. Nach wie vielen Minuten? Nach einer Stunde? Hey. Warum fällt meiner Verschwäche einfach um? Der Käpt'n aber immer wieder zurück. Wie jetzt jede Partei sind. Wie sieht das so aus? Ja, warum? War doch richtig. Hat er doch richtig hingesetzt. So, gut. So, und jetzt schon muss ein Eins. Wir füllen. Das kippen. Ja, geil. Ja. Aaaaaah. Langsam musst du es mit zehnfachen Geschwindigkeit laufen lassen. Ja. Ja, gar nicht vor mir. Ich mach's. Nee. Ey, ohne Spaß. Ich möchte einfach nur einen irgendwie mit da reinbekommen. So. I'm on my way to victory. Sieht doch keiner. Ja. Aha. Ja, du hast auch noch einen drin. Was? Bin ich weiter als du? Ach, das ist doch scheiße. Aber Andi, kommst du ja eh nicht vor mir weg. Aaaaaah. Ey, komm. Der war schon drin. Ja, ja. Ich würde den jetzt eh sogar so machen. Scheiße auf den. Da setze ich den dicken Haufen drauf. Drei. Der Crasher muss eine Einswüffeln. Jetzt geht das alles mal ein bisschen schneller hier. Ja, ne? Hier. Jetzt wollen eigentlich nur Enden. Boah, bist du gleich? Ja. Nee, der hat hier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Handy. Nee, ich bin hier. Ach, okay. Ich hatte eine drei. Das ist wie immer. Was hab ich gewürfelt? Was hatte ich? Fünf. Hier. Yeah. Es ist Turbo-Modus, ey. Ich will hier irgendwas Dummes hinmalen. Weil. Wir hätten entwürfel gleich eine sechs. Und dann noch eine drei. Sechs, sechs, drei. Wenn wir gleich eine sechs, sechs, drei. Boah, das wäre so episch, ey. Oh, was war los? Boah, ich hab gewonnen. Nein, bitte kann ich die dreien. Die dreien kann ich ganz gut. Was ist das denn? Das ist eine Eins. Andi, ich bin schon voll perplex. Bei der Musik schlafe ich gleich ein. Andi sagt schon gar nichts mehr. Ich hab alles aufgegeben. Oh, Gott sei Dank. Ey, ohne Spaß. Ich hab aber auch alles aufgegeben. Und hab jetzt auf einmal einen vor meiner Kiste stehen. Ach so, ich darf jetzt. Lass du mir halt reinmachen. Äh. Ich glaub, ich hab Seideswürfel gerade. Ich hab eindeutig Seideswürfel gerade. Hörst du mich verarscht? Hörst du mich verwehrt, ey. Ohne Spaß. Pass auf, gleich noch zwei Sechsen und ne Drei. Dann ist aber ein Ende hier. Dann händ ich das Projekt eigenhändig. Fahch nach allen. Da fährst du noch heim? Okay. Ach, hallo. War so wie ein echt zu dummen Würfel aufzusehen. Ich sag da eigentlich Tumor-Modus. Bisher seid ihr immer noch im Schlaf-Modus. Ja, Crasher, der ist doch gar nicht mehr gewohnt zu würfeln. Ja. Nee, bitte nicht. Oh, erste Sechst ist da. Bitte nicht jetzt. Oh, komm, bitte, Alter. Erste Eins ist da. Andi, du bist nicht dran. Ich hab auch nicht genommen. Ach, komm. Hä, du stattst hier. Ja. Und ich hab ne Fünf gewürfelt. Und einer ist hier und deiner ist vier gewürfelt. Ich hab ne Fünf gewürfelt. Ich hab ne Fünf gewürfelt. Ist das ernsthaft? Jawoll. Ist das ne Fünf gewürfelt? Ich hab ne Fünf gewürfelt, hundertprozentig. Das prüfe ich nach. Ist dran. End. Ja. Ich schlafe noch. Ja. Schopo. Ey, nein, jetzt ernsthaft jetzt. Bitte nicht. Nein. 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 Ich hab ne Fünf gewürfelt, in der Dreifachung. Mit der Scheiße. Bitte, Alter. Bitte. Ja. Noch. Da, wo ich reinkomme, ey. Oh, Gott sei Dank. Meine Scheiße, ey. Glück gehabt. Du bist das Projekt Dank Gott. Es ist der erste Name. So. End. End. Schon wieder so hypnotisiert davon, dass seiner wieder drinsteht. Ja, bin ich auch. Hier, kommen wir mal zu Andys, guck, warum gehst du denn jetzt mal von Andys? Weil ich weiß, dass eigentlich keine Einswürfeln wird, deswegen. Yes, I'm on my way to break. Alter, das geht, dann geht das schon. Ich glaube, ich kann einen Sprecherplatz gleich mehr. Ich hatte nur 300 Gigabyte und Fraps frisst verdammt viel. Und ich wollte noch das andere Spiel spielen. Das hat sie ganz gemerkt. Ja, das wird nur Leute nichts mehr. Ja, ganz toll. Ja, müssen wir mal anders machen. Macht Sinn, ne? Ja. Das war auf jeden Fall gewürfelt. Das war nicht meine Absicht. So. Die Karawane zieht weiter. Ach nee, auf geht's. Das geht alles wieder seinen alten, alten Lauf. Jetzt haben wir langsam in die Stunde, ne? Langsam weht das hier was. Ja, nach anderthalb Stunden geht's tatsächlich auch mal los, ey. Scheiße. Danke. Wird's ne 6? Ja, von mir aus auch das. Alter, wenn du mich da gleich kickst, dann rast dich komplett aus. Los, Ani, ne 3. Nein, keine 3, Ani. Alter, wie langsam weht zum Würfel greift. Ja!